Wie kann ich so viel Ersatzrüstung von denen gemobst, Alter? Eigentlich müssten wir den Bass aufsprengen, Jungs. Warum haben wir doch noch... LOL! Ihr habt ja vom BZ runtergeschossen mit Longneck. Nein. Nein, haste eh nicht. Nimm ihn auf. WTF? Du hast ihn eh nicht runtergeschossen. Doch, hab ich halt. Ja, ja. Ja, der Petri Problem. Da ist keiner mehr drauf, ich hab den runtergeschossen.